Da jetzt solche Mooszellen eben ziemlich einfach austrocknen, heißt das natürlich auch, dass sie keinen besonderen Schutz nach außen haben, sonst würden sie auch nicht besonders austrocknen. Die anderen Pflanzenzellen, also die höheren, haben dann irgendwelche, ja zum Beispiel Wachsschichten an ihrer Außenhülle, der Cuticula, entwickelt, die dafür sorgen, dass eben kein Wasser entweichen kann, beziehungsweise auch kein Krankheitserreger so einfach in die Pflanze, in diesem Fall ins Blatt, eindringen kann. Ich denke, gerade die Abwehrmechanismen des Mooses sind für unsereins jetzt wirklich interessant, denn ihr werdet euch sicherlich fragen, wozu kann ich denn so ein Moos jetzt gebrauchen? Das ist relativ simpel, nämlich das Moos wird sich gegen diverse Dinge, die in das Moos eindringen wollen und das Moos kaputt machen wollen, eben durch Substanzen, die genau solchen Dingen, die das Moos kaputt machen wollen, schaden. Also jedes Moos, geht man von aus, baut in irgendeiner Form sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe zusammen, die eben gegen Pilze, Bakterien und sonstiges infektioses Zeug helfen. Warum ist das jetzt für uns so interessant? Nämlich, das ist ja so, dass so eine Moos ja wie gesagt einfach keinen großartigen Schutz hat nach außen und diese Stoffe können dann auch sehr leicht aus dem Moos austreten. Wenn man sich das Moos also wohin packt, wo man verletzt oder ähnliches ist, dann werden die positiven Stoffe im Moos natürlich auch irgendwo in der Verletzung die Infektion ein bisschen hemmen, vorsichtig ausgedrückt. Sogar antivirale Substanzen können von den Moosen zum Teil ein bisschen gebildet werden. Das ist natürlich alles keine moderne Medizin, aber Moose auf Wunden packen ist definitiv eine richtig, richtig, richtig gute Alternative, wenn einem die Verbände ausgegangen sind. Es ist so, dass das früher auch natürlich ganz viel von vielen Völkern gemacht wurde, dass die immer Moos auf Wunden gepackt haben, einfach als Verbandmaterial, als Wundauflage. Umstritten ist, ob man das Moos vorher abkochen soll, damit es quasi eine sterile Wundauflage ist. Das ist dann wirklich ein super steriler Wundverband, funktioniert relativ gut, ist natürlich nicht ganz so toll wie irgendwo so eine sterile Kompresse aus dem Verbandskasten, aber abgekochtes Moos auf die Wunde draufzulegen ist die Wundabdeckung, die Wundbedeckung der Wahl, die ich empfehlen würde, wenn halt eben keine normalen Zivilisationsverbandmaterialien mehr da sind. Wenn man das Moos jetzt nicht abkocht, dann hat man halt eben den Vorteil, dass man eine höhere Chance hat, dass eben diese positiven Moosinhaltstoffe die Wundheilung bzw. der Infektion entgegenwirken. ist dann höher. Aber da gibt es jetzt ein großes, großes Risiko, wenn man sich einfach Moos vom Waldboden auf die Wunde packen will, nämlich, wenn man sich jetzt einfach so einen Haufen Moos abwischt, abrupft und haut sich das einfach auf die Wunde, wenn es entsprechend blutet. Im Prinzip hat man dann zwar die positive Wirkung des Mooses und die positiven Moosstoffe, aber man hat auch das Problem, dass man immer in irgendeiner Form noch ein bisschen Boden mit an seinem Moos dranhängen hat und kriegt dann halt entsprechend auch Dreck in die Wunde. Zwar ist Dreck völlig unbedenklich, wenn man Dreck isst. Also das Kind, das Dreck frisst, das hat überhaupt nichts zu befürchten, außer dass man halt eventuell ein bisschen Bauchschmerzen dann irgendwann kriegt oder vielleicht ein bisschen Verstopfung oder irgendwie sowas. Aber was Schlimmes kann da nicht passieren. Dreck in die Wunde zu bekommen, also Boden, ist hingegen wirklich ein Problem, denn im Boden wohnt ein lustiges Tetanus-auslösendes Liebestierchen und mit Tetanus ist wirklich nicht zu spaßen. Wundstarkrampf ist absolut tödlich, wenn man das dann bekommt. Wer fleißig beim Arzt war zum Impfen, der sollte da eigentlich keine allzu großen Probleme mit bekommen, aber irgendwann in einem lang, 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 langfristigen Leben in der Natur geht einem die Impfung ja irgendwann verloren und dann sollte man wirklich tunlichst vermeiden, Dreck in die Wunde zu bekommen. Und das kann dann halt eben, wenn man einfach mal so Moos vom Boden nimmt, durchaus passieren. Also solange man gegen Tetanus geimpft ist, es gibt noch andere Dinge im Boden, die man nicht in die Wunde bekommen sollte. Also Dreck in die Wunde bekommen ist in keinem Fall eine gute Idee. Okay, das ist ja auch wieder so, dass dann im Dreck dann wieder Bakterien leben können und Viren leben können und sonstige Dinge leben können, die man nicht in der Wunde haben will, wogegen dann das Moos dann auch wieder irgendwo hilft. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wenn man Moos eben aus irgendwelchen antiseptischen Gründen auf die Wunde legen möchte, dann muss man halt eben vorher wirklich gucken, dass das Moos dann sauber ist. Beziehungsweise man suppft sich beim Sammeln des Mooses dann halt wirklich nur die oberen Moosteile, die weit genug vom Boden weg sind, ab und guckt einfach, dass man das saubere Moos dann auf die Wunde macht. Sehr gut geeignet ist eben aus diesem Grund, dass man keinen Dreck in die Wunde bekommt, Moos, das auf einem Stein oder auf einem Baumstamm oder ähnlichem gewachsen ist, denn da ist ja schlicht und ergreifend überhaupt kein Boden da, der dann in der Wunde landen könnte. Das ist sicherlich also der beste Kompromiss irgendwo noch. Und trotzdem immer noch ein bisschen vorsichtig sein und aufmerksam sein und gucken, dass halt eben kein Boden, in Anführungszeichen, am Moos hängt, wenn man es sich auf eine Wunde packt. Also Moos wirklich ein prima Wundverband, wenn man so will. Ganz, ganz toll. Ein klassisches, dafür verwendetes Moos ist das Weißmoos. Das ist auch ein prima Klopapier übrigens im nassen Zustand. Das Weißmoos findet ihr in Skandinavien quasi überall, ist ganz einfach zu erkennen, bildet riesige Teppiche, insbesondere auf Steinen und totem Holz und ist weißlich. Also das ist absolut unverwechselbar. Es mag da noch verschiedene Unterarten geben, ist für uns aber völlig irrelevant. In Skandinavien gibt es das überall, es gibt es in den Alpen teilweise, es gibt es überhaupt in lichten Nadelwäldern gelegentlich am Boden, bei uns dann halt eher im Gebirge. Solltet ihr zufällig welches finden, das ist der ideale Wundverband für den Survivor, der über gar nichts anderes mehr hat. Gut, dann, ökologisch gesehen sind die Moose deshalb auch nochmal so was ganz, ganz, ganz Besonderes, das sollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil sie eben keinen Boden brauchen. Alle anderen Pflanzen sind auf Boden angewiesen. Die müssen was haben, wo sie ihre Wurzel, die dann wirklich eine Wurzel ist, reinstecken können und aus diesem Boden, der da in mindestens ganz, ganz wenig Tiefe eben vorhanden sein muss, müssen sie das Wasser aufnehmen. Weil wenn die Pflanze einfach nur nass wird, dann ist sie äußerlich nass. Das hilft ihr nichts, weil sie muss das Wasser ja in sich reinbekommen. Und die ist nach außen hin quasi wasserdicht, oder fast wasserdicht zumindest, damit sie eben wieder nicht austrocknet. Weil wenn das Wasser in der Pflanze drin ist, würde es ja quasi, sobald es aufgehört zu regnen, genauso wieder aus der Pflanze verdunsten, wie es vorher in die Pflanze reingekommen ist. Und beim Moos ist eben genau das der Fall, dass das eben einfach passiert. Aber, wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, überlebt das Moos einfach den Vorgang des Wassers wieder verlieren. Eine höhere Pflanze ist schon so kompliziert, so komplex gebaut, dass sie dann verreckt. Wenn da einmal das Wasser weg ist, dann ist die Pflanze kaputt. Einmal komplett ausgetrocknet und das war's. Nur ein Moos kann das überleben. Und das ist eben die Besonderheit, die den Moosen ermöglicht, an Orten zu leben, als Pflanze, an denen es überhaupt keinen Boden gibt. Ein Baum könnte da niemals funktionieren, weil er einfach nichts hat, wo er seine Wurzel reinschlagen kann. Und deshalb leben Moose ganz, ganz oft epiphytisch zum Beispiel. Das heißt, die sitzen auf einer anderen Pflanze drauf. Wenn ihr gerade mal schöne Bilder vom Regenwald anguckt, werdet ihr ganz oft Bäume sehen, die von oben bis unten der Stamm, die Äste, alles grün ist, weil der komplette Baum mit anderen Pflanzen belegt ist, sozusagen. Wobei das Moos da kein Parasit ist, sondern nur ein Epiphyt. Ein Epiphyt sitzt einfach nur drauf. Der nutzt einfach nur die erhöhte Fläche, die der Wirt, wenn man so will in diesem Fall, dann halt eben ein entsprechender Urwaldbaum, ihm bietet, dem Moos. Und das ist auch ganz wichtig, gerade im Dschungel, weil unten am Boden, da kommt so wenig Licht an. Da hat das Moos dann auch so wirklich, selbst als Moos, das ganz, ganz anspruchslos ist, kaum noch Chancen nennenswert lange zu überleben. So Photosynthese-mäßig, da geht einfach nicht viel. Zwar stirbt es dann trotzdem immer noch nicht, wenn es da unten irgendwo steht und in kurzen, seltenen Momenten, wo halt mal ein bisschen Licht ankommt, dann macht es halt mal ein bisschen Photosynthese. Und den Rest der Zeit verfällt es dann wieder in seinen Moos-Stasis-Zustand quasi. Das ist beliebig lange durchhaltbar, also fast, wie gesagt, quasi unsterblich. Und ja, aber eben irgendwo anders drauf sitzen, ist halt ein Riesenvorteil für das Moos. Und das kann wieder eine andere Pflanze wieder eben nicht, weil halt eben sie Boden braucht. Und diese Unabhängigkeit vom Boden, dieses überall hocken können und seine Nährstoffe aus dem Regen beziehen, weil es so genügsam ist, denn es ist nochmal was anderes ganz Tolles. Das Moos kann sich komplett aus Licht und Regen ernähren. Das können die anderen höheren Pflanzen halt eben alle nicht. Das bisschen, was an Mineralien und Nährstoffen im Regen enthalten ist, das reicht dem Moos tatsächlich aus. Und das Wasser eben aus dem Regen reicht dem Moos auch aus. Und das Moos kann halt eben aufgrund seiner austrocknenden Struktur, auch wenn es einfach nass wird, Wasser aufnehmen. Das können die anderen Pflanzen ja auch eben wieder nicht, wie ich eben erwähnt habe. Also so ein Moos ist einfach unglaublich toll an den härtesten Ecken, die es so gibt, wo nichts anderes mehr geht. Da geht immer noch Moos. Und Flechten. Flechten sind auch nochmal ganz was Spezielles. Flechten muss ich mir nochmal was anlesen, wenn ich euch dazu was erzählen soll, dann müsste ich es sagen. Aber Flechten sind nochmal ganz, ganz, ganz was Faszinierendes und ganz was Spezielles und ganz toll. Aber alles der Reihe nach. Ja, und so ein Moos ist deshalb ökologisch auch wahnsinnig wichtig. Zum Beispiel, weil es eben auf diesen Bäumen hockt und die spezifische Oberfläche des Baums so richtig vergrößert. Der komplette Baum ist quasi grün, weil überall auf dem Baum Moose sitzen. Wozu ist das jetzt gut? Also abgesehen davon, dass die Moose näher am Licht sind und die Moose sich freuen, ist das auch für den Baum gut. Denn gerade in solchen Küstenwäldern, Küstenregenwäldern zum Beispiel oder ganz weit oben zum Beispiel an der kalifornischen Küste, gibt es auch solche Nebelwälder. Denn man hat da gar nicht so viel Niederschlag, aber es gibt regelmäßig Nebel. Und zwar so richtig viel Nebel. Jetzt kann ein Baum halt eben mit Nebel nichts anfangen, weil wie ich ja eben erwähnt habe, braucht er sein Wasser im Boden, damit er es über Wurzel aufnehmen kann. Moos kann mit Nebel hervorragend arbeiten. Ganz, ganz super. Dann saugt es sich einmal voll mit Wasser. Sobald der Nebel weg ist und die Sonne kommt, paut es Photosynthese durch, bis zum geht nicht mehr. Und wenn das Wasser halt verbraucht ist, dann wartet es halt eben mal bis aufs nächste Wasser. Das ist jetzt aber deshalb so toll, weil dieses Moos durch seine hohe spezifische Oberfläche und eben die Möglichkeit, dann auch noch Wasser ein bisschen zu speichern, sich so richtig schön voll saugt, dass es richtig tropft am Baum in diesen Nebelsituationen. Und es tropft dann logischerweise auch runter auf den Boden und verschwindet das Wasser im Boden. Und in dem Moment ist es ja auch für den Baum verfügbar. Also das ist so ein klassisches, schönes Beispiel für eine Symbiose aus Moos und Baum, wo sich beide quasi helfen. Der Baum hebt das Moos ans Licht und das Moos dankt es dem Baum, in dem es gießt, wenn man so möchte. Da gibt es wirklich so ein paar Dinge in der Natur, wo halt eben auch Zusammenarbeit stattfindet, die letztendlich wieder dazu dient, alle anderen umzubringen. Aber es gibt auch Kooperationen, Militärbündnisse sozusagen, wenn man möchte. Aber auch da ist wieder kein grüner Friede ersichtlich. Also da kommen jetzt wieder die Wohlfühlökologen, die dann erzählen, Oh, das ist doch schön, diese Zusammenarbeit, dieser Friede. Zusammenarbeit ist die Ausnahme. Die Regel ist, man bringt sich gegenseitig um. Und wenn sie Zusammenarbeit betreiben, dann ist es eben ein Militärbündnis, um die anderen umzubringen. Wie gesagt, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, es gibt keinen verdammten grünen Frieden. Es ist Krieg in der Natur. Aber das ist auch gut so, denn es gibt ja keine Moral und keine Ethik. Und so gesehen braucht das ja auch niemanden stören. Wäre ja eh niemand da, der das Bewusstsein hätte, festzustellen, dass hier etwas Böses passiert. Das machen ja nur wir. Wir sind irgendwie komisch. So, ja, das war jetzt so meine Gedanken zum Moos. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Dinge, die man zum Moos sagen kann. Ah, wichtig! Moose speichern übrigens die Nährstoffe, die sie dann speichern, als Stärke oder Öle weit unten in ihren Zellen des Moos-Tallus, heißt, Moose sind essbar und enthalten Nährstoffe. Zwar nur wenig, aber es geht. Also Moos-Suppe ist tatsächlich was, was auch schon gegessen wurde in extremen Moos-Not-Situationen. Und ja, das ist so ungefähr ähnlich gut wie ein Cambium-Essen. Ähm, Cambium enthält auch kaum Nährstoffe und ist wirklich so eine Not-Not-Not-Lösung kurz vorm Verhungern, wenn man gar nichts anderes findet im Winter eben. Und so eine ähnliche Kategorie ist auch Moos-Fressen. Ähm, ein bisschen Nährstoffe sind tatsächlich drin. Also wenn man gar nichts anderes findet, Moos findet man ja auch im Winter und am Schnee, wenn man den wegkratzen kann, dann ist tatsächlich eine Moos-Suppe, ähm, mit einem gewissen Nährstoffgehalt doch tatsächlich, äh, was man essen kann. Jo, dass ihr das auch nochmal wisst. Aber jetzt bin ich dann, glaube ich, wirklich durch mit den Moosen. Ähm, ich kann natürlich jetzt das Ganze auch nochmal strukturierter erklären, aber wenn ich euch wirklich jetzt so ganz genau den Zellaufbau und so weiter von den Moosen erklären wollte, dann müsste ich euch erstmal erklären, was eine Zelle überhaupt ist. Äh, noch mehr Details zum Moos wird dann schwierig, ohne euch wirklich Grundlagen der Botanik oder, äh, Grundlagen der Biologie, äh, dann einzubläuen und euch zu erklären, was überhaupt eine Zelle ist. Weil wenn ihr nicht wisst, was eine Zelle ist, kann ich euch natürlich auch nicht erklären, was eine Mooszelle ist und was sie eben speziell macht im Vergleich zu der normalen Pflanzenzelle. Vorher müsstet ihr auch wissen, was die normale Pflanzenzelle denn ausmacht und wie eine normale Pflanze eigentlich funktioniert, eine Gefäßpflanze. Das im Übrigen werde ich aber auch nochmal irgendwann mal machen. Ähm, ich wurde auch mal angekackt, dass ich doch mal bitte schön einen Baum erklären soll. Also einen Baum, ganz ausführlich, den kompletten Baum. Was macht der denn jetzt so, wie er jetzt da steht? Am besten noch nach Uhrzeit. Es ist 8 Uhr, der Baum pumpt Wasser. Oder, es ist Sonnenaufgang, der Baum startet die Photosynthese. Es ist Nacht, der Baum legt sich einen Wasservorrat für den Start der Photosynthese am Morgen an. Und dann, keine Ahnung, irgendwie was in der Richtung. Und das ist eine Wurzel. Eine Wurzel wächst so und so. Eine Wurzel tut dies und das. Und während die Wurzel dies tut, tun die Blätter das. Und dann gibt es einen Strofftransport da dazwischen. Und während der gleichen Variante wird Wasser nach oben. Und das Wasser nach oben funktioniert dadurch, dass da oben Wasser verbraucht wird und CO2 aufgenommen. Und dann haben wir ein Konzentrationsgefälle zwischen hoher Luftfeuchtigkeit unten und niedriger Luftfeuchtigkeit oben. Und dadurch wird das Wasser quasi so Konzentrationsgefälle mäßig nach oben befördert. Aber das wäre dann eben zum Beispiel zu erwarten, wenn ich mal einen ganzen Baum erklären muss. Jetzt schweife ich schon wieder ab. Das sollte es zu den Mosen jetzt erstmal gewesen sein. Einzelne Arten kann ich euch, wenn es mal richtig nass ist, mal zeigen. Aktuell ist alles so vertrocknet, dass die Bestimmung schwierig ist. Dafür müssen sie auch blühen, in Anführungszeichen. Das nennt man ja nicht wirklich blühen. Und dann kann ich auch noch mal ein bisschen genauer auf die Fortpflanzung bei den Mosen eingehen, wenn da Interesse besteht. Aber für das erste wäre es das jetzt mal gewesen. Wenn es einen zweiten Teil gibt, dann halt irgendwann mal später noch mal mit ein paar einzelnen Arten. Ich kenne nicht viele Mose, aber ein paar kann ich euch schon doch zeigen. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Und dann wünsche ich euch damit einen schönen Abend. Macht's gut und schaut euch mal die Mose an. Also immer schön nah am Boden unterwegs sein.